Wir gucken auf ein neues vom satter Hugo, jalla. Ich habe schon lange kein Video mehr geguckt, okay? Ähm, ja, wir react jetzt wieder. Auf ein wunderbares Jahr 2023. Drei, zwei, drei. Wir haben die ehrlich Silvester reingestreamt. Ich weiß nur, dass Veto in der Community war zu Silvester. Prost! Was hat der überhaupt an? Mont ist so ein NPC. Schön, juhu. Ja, Phoebe muss trollen, ne? Die Einsatzkraft, wenn wir mal mehr angegriffen werden. Wir haben gewonnen! Digga, was? Wir brechen jetzt ab, wir gehen zum Auto, das ist mir alles zu gefährlich. Digga, bitte! Krass. Ey, Digga, ich check auch nicht, warum man jedes Jahr die Motivation haben kann, sich am 31.12. auf die Straße zu stellen und irgendwas in die Luft zu jagen. Ich verstehe es nicht. Digga, jedes Jahr die gleiche Scheiße. Wait. Sura, sieh mal unge! Nein, ich will nach hinten skippen. Farboy, okay. Digga, Tanzverbot hat das, was wir alle Männer haben, am Hinterkopf einfach ein fettes Loch. Wo warst du, Silvester? Ich war Silvester actually zu Hause in meinem Bett. Guck mal, so finde ich Silvester in Ordnung, so kontroll... Ähm, so finde ich Silvester in Ordnung und cool. So mit so einem, äh... Feuerwerk, was so geplant ist von der Stadt. Ne, wisst ihr, wie ich mein? Ja. Oh, Alter! Also so ein kontrolliertes Feuerwerk und nicht so irgendwelche Vollidioten mit Böllern und Raketen. Was für ein Baba-Intro! Bleib drin! Was läuft das? Läuft, willkommen zum nächsten Video. Nova! Mensch! Da mach ich aber mal den Jusen. Wie geht's? Schön! Jusen! Ich gucke mal hier. Digga, unge sein, Sabaton ist vorbei, ne? Habt ihr das mitbekommen? Der hat irgendwie 5.50 Tage gestreamt. Äh, und dann um 3 Uhr morgens in nem WoW-Raid, wo er die Zeit nicht vorgelesen hab, ist er ausgegangen oder so. Alles gut? Was geht da unten ab? Ne, Bro, fuck's leider nicht. Hab's doch gar nicht mitbekommen. Romatra! Das geht. Du bist leider nicht bei mir im Team, ne? Ey, dein Spatz ist super nice aus, ne? Einfach ignoriert. Romatra! Wer hat dir doch grad ne Frage gestellt? Romatra möchte wissen, welchem Team du bist. Er sagt dir, dein Barz sieht really nice aus. Bro, Digga, der Romatra. Ey, könnt mir aber nix sagen. Vizca Barca sieht legit aus wie Messi. So. Bist leider nicht bei mir im Team, ne? Matra! Der hat dir *** aus. Bro, Digga, der Romatra. Das ist einfach deutsche Messi. Ich bin mal an dir vorbeigegangen. Du bist mal an dir vorbeigegangen. Okay, geil. Digga. Hier gab's schon nie mal bei Hugo, wo ich an dir vorbeigegangen bin. Wie sieht gut aus? Romatra, so nennt Bissi. Ey, ich liebe die Konversation von Romatra und mir. In Minecraft. Wir sind beide solche NPCs. Wir wissen nicht, wie man Smalltalk führt. Weil ich führe auch kein Smalltalk. Ey, wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist es einfach so, und wie ist das Wetter bei dir so? Oh, ist das unangenehm. Ja. Du bist doch bei mir vorbeigegangen. Ich dachte, du bist ja schuld. Du siehst gut aus. Digga. Boah, das habe ich auch mitbekommen. Digga, die streamt ja nur noch das. Nur noch Smash or Pass. Sky, was ist Smash? Ich schwöre, auf diesem Bild Romatra sieht aus wie ein Jeep. Das ist cute. Ey, was soll ich machen, Leute? Ich habe es mir nicht ausgesucht. German Fortnite, Bro. Junge Lore einfach. Der versucht auf Kampf diese hungrige Huhnclips zu farmen. German Fortnite. Mann, aber das Ding ist, Amorant kennt ja alle großen deutschen Streamer. Also das ist ja nicht so, als wüsste die das nicht. Die weiß schon, was sie macht. Die ist ja nicht doof. Oh no. He's now easy. Ähm... Ah, Digga. Das ist mit Abstand das beste Trimix-Bild. Wartet, es gibt noch eins. Warum kommt das, wenn ich Trimix google? Das ist, wenn ich Trimix... Guck mal, das hier ist auch ein Favorit von mir. Das hier. Das ist ein gutes. Das ist ein OG. Aber ich meine... Aber so ein ähnliches wie das hier. Ein ähnliches wie das. Nicht... Nicht genau das. Aber so ein ähnliches. Ähm... Oh, dieses Haar ist nicht... Er sieht viel besser aus dem Haar. Ja, viel besser. Wartet, der Trimix hier. Schugel. Das ist Hannah Montana Black. God damn. Hannah Montana Black. Digga, das ist mit der OMG Cap. Was war diese OMG Cap? War das eine Cap im Monte Shop? Ja, ne? Ich glaube, das war damals so ein Monte Merch. Geisteskrank. This is a much improved. This is a smash. Drei, zwei, los! Digga. Was macht der da? Ey, wer... Digga. Welt, Digga. Digga, das ist 2015 oder so, Alter. Einfach ganz Deutschland ist bei Amorant oder so. Ich schwöre. Junge, jeder wurde gesmashed oder einfach auf normal gesmashed und Digga, Gigant wurde auseinandergenommen. Wario. Einfach... Einfach Wario, Digga. Wo sieh ich aus wie... Nee, mich hat keiner eingeschickt. Ich bin auch froh eigentlich. Wie soll das? Bei allen anderen kann man einfach... Ich schwöre eins zu eins. Nur bad ein bisschen mehr Blitz. Hä? Warum? Warum immer ich? Was hab ich getan? Smash. Mach ich? Mach die das... Die macht das doch nicht mehr, oder? Ja, aber wenn die live geht, was macht die aktuell? Macht die immer noch das? Hat legit Hugo gestern gemacht mit 15-jährigen Mädchen. Digga, Digi. Ach so, Hugo hat auch Smash Your Pass... Ja, guck mal. Ich schätze auf. Okay, ich bin ein Laub, doch Spendi ist ne Fisalis. Nico ist ein Brokkoli. Uyeta ist Cannabis. Pass, pass, pass. Oh, was ist das? Das ist aber, muss ich wirklich sagen, ein geisteskrankes Tanzverbot-Bild. Also das ist schon wirklich einer der heftigeren, die es gibt auf dem Internet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon gestört. Stop it, Wobbles. Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Is this the Burger King hat? Pfff, no. Burger King präsentiert. Whisky-BBQ-Soße. Ich schwöre... No, ich... Ich sag zu 100% Knossi hat schon mal ne Burger King oder ne Meckes, äh... Anfrage bekommen. Safe called. Egal, allein wegen der Krone. Oder irgendwann, keine Ahnung, der wird Real Madrid-Präsident oder so. Deutsch ist Rindfleisch, saatschmelzender Pepperjack-Käse und frischer Rucola. Jetzt bei Burger King. Was ist das? Wait, Meckes hat gar keine Krone, ne? Das ist so ein Clown, der das Ding erscheint so. Der Fortnite-Cast. Hallo und damit herzlichst Willkommen in der neuen Folge von dem Fortnite-Podcast. Sorry auf jeden Fall, dass in der letzten Folge das Mikro nicht geht. Bro, Emma. Digga, er hat einen Podcast gemacht, Mikrofon ging nicht. Ein Podcast mit in der letzten Folge ging das Mikro nicht. Das war einfach stumpf. Also ich bin jetzt kein Experte beim Thema Podcast vom Ding. Aber ist jetzt nicht so gut, oder? Herzlich Willkommen zum Edeltalk. Freunde, wie geht's euch? Ey, mir geht's richtig geil. Mir geht's nicht so geil. Chilliger Podcast. Morgen, bitte geh mal Minecraft rein. Du wirst es sehr enjoyen und für uns wäre es ein Fest. Okay, Chad, nächster Stream Minecraft. Digga, es ist so gestört eigentlich, ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, die ersten, also wo Monte Singleplayer gespielt hat, das war wirklich geisteskrank. So, und jetzt kann man einen Baum kaputt machen. Und ich find's auch krass, dass er das noch nie irgendwo so zumindest ein bisschen gesehen hat. Ah, auf realistisch angelehnt, oder? Guck mal, wenn du einfach mal in den Minecraft Stream reingehst von Trimix oder so, wo der Minecraft sagt, oder so, dann checkst du ja so ein bisschen, wie das Game funktioniert. Aber das war schon krass. Ich versteh nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen, Digga? Ist der Sinn des Spiels hier rumzulaufen und irgendwas kaputt zu machen, oder was? Das bin ich für euch. So nehmt ihr mich wahr. Wo ist leider wiedererkennungswert? So seht ihr mich. Der Klo-Putzer. Mann, Digga. Also es gibt auch Koordinaten, ne? Digga, Crowley hat auch so reingeschissen beim Erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du dir das auch merken? Also wenn du F3 drückst, dann siehst du oben links Koordinaten. Junge. Ja, das ist echt. Das ist ein bisschen viel, ich weiß. Sehr viel. Hier am Start und so. Wir spielen heute eine Runde Minecraft. Ich muss Tiere umbringen, damit ich essen. Okay, wir gehen auf Mission. In Minecraft ist es okay, Tiere zu töten. Wo ist dieser verf***te Fisch hin? Hier, ja. Aber hier ist kein Fisch. Ey, Digga, das ist auch so krass. Dass er das so essen will, ist geisteskrank. Warum guckt er dem Leben nicht so hinterher, aber frisst das nicht dann? Rechtsklick, Armkart. Das ist geisteskrank. Aber ich muss ehrlich sagen, guck mal, die spielen hier alle mittlerweile schon jetzt lang, wie lang, geht das jetzt so? Vier, drei, nee, vier Tage ungefähr? Ich glaube, seit vier Tagen haben die den Server ungefähr. Und no joke, die sind alle, fünf Tage, die sind mittlerweile alle, der Monte ist schon noch relativ bot, aber der hat auch wenig gespielt im Vergleich zu den anderen, die sind mittlerweile echt geworden alle. Also in Ordnung. Aha, wieso ist denn das dumm, Digga? Die kennen sich mittlerweile echt gut aus. Ich habe ein Herz. Boah, die Pizza ist nicht geschnitten, mich kotzt hierbei komplett ab. Mach's selber aus, okay. Wenn die Pizza nicht schneiden, jetzt musst du ja hochlaufen, in die Küche, sich Messer und Gabel holen, da irgendwie rumschneiden in der Pizza und dann schneidest du mit dem völlig falschen Messer in der Pappe rum, in der Pizza. Boah, das ist so scheiße. Musst dir alle Pizza, und dann musst du die drehen und dann ist der Deckel im Weg und dann schneidest du auf deinen Tisch. Ich habe ein Problem. Warte, nee, Rezi kommt. Ich werde nicht sterben auf dem Weg zu dir. Digga, GG. Das ist auch cool hier, so ein Untergrund. Digga, ein Herz, der läuft in Hölle rum. Ist das geisteskrank. Das ist auch cool hier, so ein Untergrund. Wer läuft denn hier rum? Wer ist das denn, Digga? Boah, Junge. No joke, ich hatte damals als Kind Angst vor Endermännern, die waren geisteskrank. Boah. Das ist ein Enderman, den darfst du nicht anschauen. Jetzt, oh ne, halt die Leute, ich gucke mir, was ich denke und gehe pissen. Curry, jetzt ist dein Moment, Digga. Mein Moment. Oh mein Gott. Ja, Crow, hau mal einen raus. Mir hat er mal fertig gepisst, oder was soll das? Digga, das war so geisteskrank. Digga, wie lange pisst er denn? Crow, er hat legit zwei Minuten nichts gesagt. Jetzt weiß ich auch, in jedem Fall, warum wir mit 20 Zuschauern rumgebilden, Alter. Ja, okay. Maximal talentlos, Digga. Ja, wirklich. Ich habe hier reingedrückt. Digga, das ist ehrlich, die Lass ihn baumeln Unterhose-Boxer-Shorts von Montana Black Shop. Ich kann das nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, Janik, blöde Sau. Damit hast du dir aber was. Lass ihn baumeln. Was geht denn jetzt aber eigentlich? Ich habe dir gesagt, was das... Oh, Alter, hab ich das... Nein, ich wollte auch mal, du hast jetzt dein Finger weg. Ich habe mir wieder zugemacht. Ja, warum? Weil ich nicht wegen sexueller Erregnisse in der Öffentlichkeit angezeigt werden möchte. Zieh nur das an. Das ist gut. Ich kann es anziehen. Leute, danke schön. Der Geister aus Geisteskrank. Und das wird ja untenrum nicht besser. Yeah, Mann. Was ist das für ein Anblick? Ja. Ich kann es besser sitzen, weil im Stehen ist es nicht ganz so schmeichelnd. Mann. Wer ist bauchfrei besser? Von der Seite merkt man erst mal, wie unterschiedlich wir sind. Gab es nicht. Oh, das ist echt krass. Digga, ich verstehe das aber auch teilweise nicht, ne? Ich sage lieber nichts, sonst wäre ich gecancelt. Guck mal, was für Puffies du da drin hast. Oh Mann, bei mir sieht das nicht so aus. Ja, endlich mal richtige Brüste in den Top. Oh, Digga. Das ist das geisteskrankt. Aber es stimmt halt. Tanzverbot, Solo und einfach. Das ist aber ehrlich zu. Ich sage euch ehrlich, Knossi hat von Seven in the Wilds einen Schaden mitgenommen. Es ist einfach so. Der hat einen Knacks mehr weg. Der hat so einen Knacks mehr weg jetzt. Ey, das war es schon. Gute auf. Ey, gutes Video. Äh, ja. Ein gutes Video, Banger.